Nichtsdestotrotz möchte ich heute Abend jetzt als aller allererstes einen ganz besonderen Gast begrüßen. Und zwar eine Frau, die für absolute Stärke steht, die in ihren Arbeitsbereich einen komplett neuen Wind reingebracht hat, die ganz vielen die Augen geöffnet hat und auf einen neuen Bereich anders blicken gelassen hat. Und das ist niemand weniger als die liebe Lara, die auch bei Catch-me dabei war. Herzlich willkommen! Wie geht es dir? Hi, Sebo. Ich hoffe, ich bin gut zu hören und ich werde ganz rot von den lieben Worten, die du für mich gefunden hast. Hatte sich beim Dreh ähnlich angefühlt, wie du damals als Zuschauer die Folge wahrgenommen hast? Schwierige Frage. Also ich muss sagen, beim Dreh, ich war irgendwie so in dem Moment drin, dass ich total vergessen habe, dass man da jetzt gefilmt wird. Teilweise, dass man sich auch selber filmen muss. Ich habe es aber sogar fast noch spannender wahrgenommen als nur als Zuschauer, weil du halt wirklich drin bist. Sebo, wir sind glücklich! Wie traurig warst du, dass Otto durch Hanna ersetzt wurde? Äußer dich nur! Ich hoffe, Otto hasst mich jetzt nicht, wenn er das dann sieht und dann sagt, oh, mit der Lara da, mit der will ich gar nichts mehr zu tun haben. Also ich muss sagen, ich war, ich finde Hanna halt so toll. Ich fand die bei Seven vs. Wild schon so toll und du hattest mir ja im Vorfeld gesagt, dass Hanna da sein wird wegen den Streaming Awards und dass wir die mal kennenlernen werden. Und da war ich schon so, oh, wie geil, ne? Und als ihr da mitgeteilt habt, dass die dann, ja, anstelle von Otto dabei sein wird, dachte ich so, was? Gar kein Verlust, überhaupt nicht. Fast vielleicht sogar eine Steigerung. Otto! Sebo! Das hier ist real. Es ist genau in diesem Zeitablauf gelaufen. Ich habe anderthalb Stunden mit Otto telefoniert und ich habe ihn nicht überzeugen können und er hat gesagt, es geht auch einfach nicht. Dann haben wir mit der Kamerafirma, wir haben mit Sponsoren telefoniert. Das musste alles in den letzten anderthalb Stunden, bevor die ersten Gäste zu mir kamen. Und ich habe tatsächlich alle zu mir nach Hause eingeladen, damit wir da einfach uns kennenlernen, damit wir Spaß haben, damit wir Bock auf das Projekt haben. Sebo, das muss ich auch nochmal sagen. Ich hatte mir nicht vorgestellt im Vorhinein, dass das alles so persönlich und so cool wird mit dir und mit den anderen. Also das war schon ein Highlight, auch dass wir uns einen Abend vorher getroffen haben und das Ganze so einen spontanen Charakter irgendwie schon hatte. Das war so ungezwungen. Das habe ich mir so auch vorher gar nicht vorgestellt. Also das gehört tatsächlich bei Projekten, die ich umsetze dazu, weil ich habe es auch nur so kennengelernt. Beim Ocean Warrior, da war Fritz Meinicke dabei, da war der Martin Survival dabei, da waren die Naturensöhne dabei, da waren Robert Mark Lehmann dabei, Arctic Warrior, Evil Jared, Stefan Pütz und, 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 und. Und die haben mich alle so normal, das waren quasi die, die mir gezeigt haben und beigebracht haben, YouTube kann normal sein, YouTube kann nett sein und man kann zusammen einfach eine geile Zeit haben. Ja, crazy. Ja, dann halten wir das fest. Nach der letzten Folge, da reagieren wir wieder drauf. In der Reaktion ist das meiner Meinung nach zu viel, wenn da zu viele Leute dabei sind. Da unterhalte ich mich lieber mit einer Person. Aber dann machen wir danach mal eine Fragerunde für die gesamte Community, wo wir alle zur Verfügung stehen. Ich bin sowas von dabei, ja. Dieses dreckige Grinsen vom Sascha sagt schon alles, jetzt gehe ich da hin und mache die mal ein bisschen blöd. Wirklich, genau so war es, Sebo, ohne Scheiß. Also so kam das auch erst rüber. Ich dachte mir auch so, oh, was möchte er denn jetzt? Auf jeden Fall nur rumsteckern. Was immer sein kann, ist, dass sie darauf zählen, dass wir im Wald sind und zeitlich am Wald natürlich vorbeigehen. Ja, es ist aber einfacher zu überwachen. Ja, aber es kann natürlich sein, der Sebo ist ja nicht dumm, der ist ein hinterlistiger Drecksack. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo am Rand langlaufen und wir sitzen da alle im Wald drin und denken, ja, gleich haben wir ihn. Ja, ich habe so oft auch gesagt, boah, jetzt würde ich gerne Mäuschen spielen und bei den Jägern mal reinhören. Ich habe mich schon im Rand auf die Aufnahmen von euch gefreut. Wir haben schon ein bisschen Adrenalin. Catch Me 2 geht jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor ich jetzt was Falsches sage oder es vergesse nachher wieder. Unter dem Video findet ihr in der Beschreibung die Kameraleute, die Produktionsfirma, die mich da unterstützt haben. Und ich muss jetzt wirklich mal sagen, ganz, ganz, ganz Hut ab, was ihr da aus dem Hut gezaubert habt. Geile Arbeit, geil gemacht und mega stark umgesetzt. Von meinen Ideen und wie ich das gerne gehabt hätte, wo man darüber natürlich vorher gesprochen hatte. Ich habe eigentlich nur ganz grob gesagt, ey, Luki, ich vertraue dir da, mach das mal. Und Luki hat da einfach ein Ding aus dem Hut gezaubert mit Grafiken, mit Animationen. Finde ich mega. Was hat sich für dich geändert ab dem Zeitpunkt, dass Hannah mit im Format ist? Ich hatte, also irgendwie, ich hatte mich ja auf dich und Otto eingestellt und so geistig darauf vorbereitet, wie ihr so tickt. Und für mich war das so ein bisschen berechenbarer, weil ihr zwei Militärs, Ex-Militärs seid. Und ich dachte so, okay, dann kann ich eher absehen, wie ihr vielleicht manchmal Sachen plant und nachvollzieht. Aber als Hannah dann dazu kam, und das ist ja so ein unberechenbarer Faktor, hat man ja auch bei Seven vs. Wild gesehen, voller Überraschungen, totales Energiebündel. Und dann war es tatsächlich bei mir so, dass ich so dachte, oh fuck, du hast dich die ganze Zeit mit was anderem auseinandergesetzt. Und jetzt kommt da so eine ungewisse Konstante rein und die hat mich ein bisschen eingeschüchtert. Ich muss tatsächlich sagen, auch bei Seven vs. Wild fand ich die Hannah immer überzeugend. Die hat immer gute Ansätze gehabt, die war, und das habe ich ja schon oft gesagt, der letzte verbliebene Profi bei Seven vs. Wild. Die ist ein bisschen so eine Art Feindseligkeit, aber ist ja auch gut für das Format. Ich meine, ich glaube, ich hatte auch einmal in den Kommentaren gelesen, ja, warum war das Ziel denn schon bekannt? Das ist total witzlos, dann kann man sich doch einfach da hinstellen und warten, bis ihr kommt. Aber ich glaube, das war ja gerade so der Spirit oder ist der Spirit von Catch Me. Jeder wollte halt euch möglichst früh fangen, weil das ja auch eine Art Erfolg ist und nicht einfach warten, bis ihr uns dann in die Arme rennt. Richtig. Und ich finde tatsächlich, ich bin denen tatsächlich dankbar, dass die so waren, wie sie waren. Weil wenn ihr drei Teams zusammenarbeitet, darauf ist das Format nicht ausgelögt. Das wird dann einfach nahezu unmöglich. Und dieser Konkurrenzgedanke zwischen den Teams ist wirklich ein formatentscheidender Aspekt, der irgendwo stattfinden muss. Dann würde ich noch die eine Frage aus dem Chat beantworten. Da fragt jemand, Lara, wie sehr hat das Wetter die Taktik beeinflusst? Eher Vorteil für Jäger oder Gejagte? Also ich muss sagen, das werdet ihr dann auch sehen. Das Wetter hat uns schon einen Strich durch die Rechnung gemacht, einfach weil wir wollten die Drohne viel früher einsetzen. Jetzt in Folge 1 habt ihr gesehen, haben wir es noch nicht gemacht. Aber allein dahingehend, und ich hatte ja in meinem Eingangsstatement gesagt, dass ich halt denke, dass die Drohne unser größtes Asset ist, mussten wir uns schon umstellen, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass das Wetter eher bei euch, Sebo und Hanna lag, also für euch. Was denkst du dir, wenn du diese Karte siehst? Ich könnte heulen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Folge geguckt und dachte so, das ist doch nicht der Ernst der Lage. Wir hätten einfach nur geradeaus gehen müssen. Also unsere erste Intuition war einfach so verdammt gut und ihr seid einfach so nah, 350 Meter, ne? Seid ihr nicht hier sogar noch mit den Fahrrädern langgefahren? Ja. Oder zu Fuß? Oder gejoggt? Ja, zu Fuß. Nee, zu Fuß und gejoggt. Also ich meine, wir sind dann umgekehrt. Aber wären wir weitergelaufen? Ich zeige euch gleich was. Ich zeige dir jetzt gleich was. Ich weide jetzt gleich in ein bisschen Behind-the-Scenes-Content drauf. Seitdem ich weiß, du kommentierst mit mir die Folge 1, freue ich mich darauf, das anzusprechen. Oh nein. Wir haben euch sogar reden gehört, weil Hanna und ich haben kurz nach dem Überschreiten des Weges eine Pause gemacht, weil Hanna pipi musste und ich pipi musste. Und dann haben wir kurz uns noch was Wasser getrunken, haben geguckt, ob der Rucksack alles ist, ob alles gut ist, ob die SD-Karten noch voll sind, die Akkus noch voll sind und dann seid ihr ungelogen 100 Meter an uns vorbeigelaufen. Boah, ärgere ich mich? Oh nein. Krass, oder? Also hättest du das erwartet, dass das ist ja nicht, es war ja ein paar Minuten nach dem, naja, was heißt Minuten, okay, aber es war unwesentlich nach dem Start. Hättest du das erwartet, dass wir da schon direkt so ein Intuitionstreffer eventuell landen könnten? Auf gar keinen Fall, weil ich habe mir gedacht, erstens, ach, bis zur Bundesstraße, über die Bundesstraße kommen wir auch noch, aber da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu, aber als ich das, euch da, wir wussten ja nicht, ob ihr seid, wir haben euch tatsächlich nicht gesehen und ich habe Leute reden gehört und joggen gehört und ich, als ich die Aufnahmen gesehen habe, erst dann habe ich wirklich realisiert, dass ihr das wart. Sebo, wir werden dich kriegen, auf jeden Fall, wir haben dir das versprochen. Anton, ich werde das, ich werde das klippen und ja, mal sehen. Es tut so weh im Herz. Wir sind raus, also nicht da, wo ihr jetzt steht, wir sind tatsächlich hier rüber, weil die Birke so markant war, wir mussten uns langsam vordrücken, ich hatte Angst mit der Kurve, dass wir eine zu lange Sichtstrecken haben und man, in die Richtung war es ja so ein bisschen wellig, so ein bisschen wellig und wir haben tatsächlich hier gekreuzt. Also das, was jetzt kommt, da habt ihr kein anderes Team gesehen, da habt ihr Hannah und mich gesehen. Oh Gott, ich weiß ja, Markus sitzt, Markus sitzt ja auch, der euch ja wahrscheinlich mit der Wärmebildkamera gesehen hat und ja. Er kann gar nicht dazukommen. Ich hoffe, du ärgerst dich. Er nickt ganz schlecht. Mit dem Regen ist es super schwierig, bei der Bundesstraße aufs Gehör zu hören. Team Lara, kurzer Zwischenbericht, wir sind einer Spur gefahren. Siehst du das? Siehst du das? Da hinten ist dieses, wo es hochgeht, was man bei uns auch gesehen hat. Ja, ja. Also das muss hier gewesen sein. Sorry, da war es vorher nicht. Also es ist, als ob wir das, ich sag dir, wenn man das planen würde, würde man das so filmen. Wenn man das planen würde, würde man das so filmen. Unglaublich. Und das ist das, finde ich, was YouTube ausmacht. Es ist einfach trotzdem geil. Es ist einfach trotzdem geil. Man braucht gar nichts skripten. Und es wird trotzdem geil. Weil jeder Mensch so ist, wie er ist. Und jeder Mensch richtig ist, wie er ist. Punkt. Ich finde das voll komisch, dass die Leute manchmal denken, das sei gescriptet. Also ich verstehe gar nicht, wie man auf diesen Gedanken kommt. Weil warum würden wir sonst alle so begeistert für dieses Projekt bei dem mitmachen wollen, oder? Also wenn man wüsste, dass das gescriptet wäre. Also ich verstehe die Kritik tatsächlich auch nicht. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Weil wenn man kritisch daran geht, kann man sagen, ey, so viel Glück kann man gar nicht haben. Och und wie sich über meine rote Sonnenbrille aufgeregt wird. Da sag ich euch nur, was ist denn nicht richtig mit euch? Ohne die würde ich es gar nicht so weit schaffen. Wir schaffen das. Wir halten fest. Sven sitzt hinten links. Und Kotzi sitzt hinten rechts. Tatsächlich muss ich euch etwas erzählen. Ein bisschen behind the scenes gedöhnt. Die Crazy Monkeys. Ich bin mir sicher, dass die uns gesehen haben müssen. Weil die sind einmal in die Richtung an uns vorbeigefahren, sind umgedreht und wieder zurückgefahren. Das heißt, beide, Kotzi und Sven, wenn die aus dem Fenster geguckt haben, müssen uns gesehen haben. Nur um das schon mal. Und ich habe dem, gerade auf der Rückfahrt, der Person, die hinten links gesessen hat, dem sogenannten Sven, tatsächlich ins Gesicht gucken können, so nah war ich an der Straße. Sven, Liebe geht raus. Und ich kann tatsächlich sagen, in dieser Situation war ich mir zu 100% sicher, dass wir gleich geschnappt werden. Ob es so kommt, seht ihr in Folge 2, am 21.03.2024 um 15 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Ich muss jetzt mal ein bisschen was schieben. Passt mal auf. Ich möchte euch mal was zeigen. Ich möchte euch mal was zeigen. Wartet mal. Sorry, du bist gerade weggedrückt worden von mir. Lara, du bist gerade nicht zu sehen. Aber gleich. Wie kann ich das jetzt aufmachen, ohne dass es... Ah. Nee, ich kann es euch nicht zeigen. Ich kann es euch nicht zeigen, weil ich Angst habe, irgendwas... Irgendwas, ähm... Ja. Falsches zu zeigen oder falsch zu machen. Deswegen kann ich euch sagen, ich habe gerade tatsächlich gerade die Folge 2 geschickt bekommen per Retransfer. und werde tatsächlich, ähm, dann gleich dieses Video Korrektur schauen. Dieses Video Korrektur schauen. Ja. Lara, wie geht es dir nach der ersten Folge? Ach, ich bin, äh, emotional aufgewühlt. Und weil du jetzt gesagt hast, du guckst gleich die zweite. Oh Gott, ich würde sie auch am liebsten sehen. Was ist so deine Prognose? Denkst du, die zweite wird noch einen Ticken geiler als die erste? Ich habe gerade irgendwie Angst, dass die zweite gar nicht so lang wird. Aber, äh, ich kann es ja noch nicht sagen. Ähm, boah, ich kann nicht einfach nichts sagen. Kannst du denn absehen oder so, ja, einen Tipp geben, wie viele Folgen es geben wird? Möchte ich noch nicht. Okay. I'm sorry, but I cannot answer this question. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wurde so oft geriebt, postet. So viele von euch haben das auf YouTube und auf Instagram, ähm, gepublished und haben es weitergetragen. Und jetzt ganz ehrlich, vom ganzen, ganzen Herzen, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Story geriebt, postet habt. Vielen Dank für euer Feedback, für eure Kommentare und auch die teilweise gerechtfertigte Kritik, die uns besser werden lässt. Und vielen, vielen Dank, die ihr, ähm, erstens Hanna auch, der Liebe, die ihr Hanna entgegengebracht hat, dass sie spontan so mutig war einzuspringen und dass ihr die Jäger-Team so feiert. Weil tatsächlich ist das mir ganz, ganz wichtig, weil ich feiere die Leute, die ich zu sowas einlade. Ich, ähm, vertraue den Leuten, die die anderen Leute auswählen. Also ich lade nur die Team-Captain ein und die Team-Captain wählen dann quasi ihr Team aus. Und ich muss sagen, ich bin damit noch niemals falsch gefahren. Derselbe Dank, der dem Schnitt, der Kamerafirma, den Kameraleuten, mir, Hanna, Otto gebührt, ähm, gebührt auch euch, den Jäger-Teams, gebührt dir, Lara, äh, dass ihr dabei wart. Und ich möchte dir nochmal von ganzem, ganzem Herzen danken für eure Zeit und euren Einsatz bei Catch-me 2. Und vielen Dank für heute. Ähm, vielleicht sieht man sich nochmal wieder, hoffentlich beim letzten Stream. Möchte der damit mich verabschieden und die letzten Worte tatsächlich Lara dir überlassen. Und, äh, hoffe einfach, dass die Community dich so feiert und so sieht, wie ich dich kennengelernt habe. Weil du bist eine super starke Frau, du gehörst in die Öffentlichkeit, du bist, ähm, beeindruckend und ein Vorbild in ganz vielerlei Hinsicht. Oh, Sebo, danke. Das rührt mich. Das ist echt total nett. Also, ich, ich kann mich auch im Namen meines Teams bedanken. Wir sind alle, ähm, ja, demütig, auch für die Erfahrung. Das hat uns super viel gebracht. Wir haben auch viel gelernt. Wir hatten eine super geile Zeit zusammen, weshalb ich das einfach alles gar nicht schlimm finde, dass, äh, ja, wie du gesagt hast, wir mit unserem Sprit da rumgefahren sind. Im Gegenteil, ich finde, das hat das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen intimer und sogar schöner gemacht. Und ich bin super glücklich, dass du mir damals eine Anfrage geschickt hast, äh, obwohl es mit dem Desert Warrior nix geworden ist. Und freue mich einfach, dass ich jetzt Teil von so einem geilen Projekt sein kann. Und auch danke an die Community, ähm, dass ihr so supportet. Ihr seid wirklich richtig cool. Und ich bin ja Fan von dir von Tag 1 an. Deswegen bin ich einfach nur glücklich, dass ich jetzt Teil dessen bin. Vielen lieben Dank für die Einladung. Jetzt musst du noch abmoderieren und sagen, wir sehen uns im nächsten Stream und bis Freitag um 20.15 Uhr hier auf Twitch oder bis Donnerstag um 15 Uhr in der YouTube-Folge, wo eventuell Team Lara mich schnappen wird. Oder zu Hannah schnappen wird. Man weiß es noch nicht. Ganz genau. Ganz viel Liebe, ne? Das ist meine Abmoderation. Bis dahin. Euer Sebo und die beste Lara, die ich jemals im Format habe, weil die erste. Danke auch nochmal an dein Team und wir sehen uns bis dahin. Euer Sebo.